Moin, ich bin Florian von Autokorrektur. Bei uns erhaltet ihr die farbigen Sicherheitsgurte und die Scheinwerfer-Cover. Heute will ich nochmal die Scheinwerfer-Cover für den BMW G80 bzw. G82 zeigen. Die Cover könnt ihr hier in so einer schönen Tasche bekommen und die Scheinwerfer-Cover an sich können wir in jeglicher Farbe eigentlich anfertigen. Vorbereitet haben wir sie mal hier in Smoke Blue. Bei ausgeschaltetem Licht halt sehr dunkel, macht man Licht an, leuchtet es blau. Dann haben wir hier noch einmal Smoke Red und in Dunkel Smoke. Zur Montage, Haube öffnen, das Cover einfach als erstes hier in dem Bereich so ein bisschen unter die Stoßstange drunter schieben. Das geht eigentlich ganz einfach und dann gucken, dass das Cover auch hier unten entsprechend drunter ist und schon sitzt das Ganze richtig geil drauf. Abmachen, auch Haube auf, Cover hier oben einfach wieder so ein bisschen wegdrücken, schon kann ich es wieder runternehmen. Das Geile ist halt, ist super flexibel, ganz dünn, trägt nicht auf. Machen wir jetzt nochmal hier das Smoke Blue drauf. Auch einfach wieder in dem Bereich einmal hier ein bisschen drunter schieben, gucken, unten, einmal einrasten, zack. Das ist richtig geil fest, könnte man theoretisch jetzt auch über eine Rennstrecke oder so auch mit fahren. Abmachen, abmachen, das Gleiche einfach runter. Hänge euch da auch gleich nochmal die verschiedenen Fotos dran. Ist halt mit dem Standlicht einfach ein mega geiler Effekt. Wunderbar. Haube zu und wir haben eine mega Optik. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020